ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Leo, das wirst du nicht glauben. Schau mal, sie kann... Zellen! Scheiße. Wo ist denn da hin? Konnte ich nicht sehen. Was hat denn alles mitgenommen? Philipp, lass uns weiterfahren. Wir haben Sachen für mindestens eine Woche geklaut. Warum war das Auto überhaupt auf? Du hast doch den Schlüssel. Könnt ihr nicht auch mal mitdenken? Ah! Schnee an ihn!